Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salve de Spectatoris, zu einem weiteren Kanal-Update, jetzt schon so zum Ende des Jahres 2016. Ich hoffe, ihr habt dieses Jahr alle gut überstanden und werdet gut ins nächste Jahr hinein starten. Deswegen sei euch im Nachhinein nochmal eine frohe Weihnachtszeit, eine gute Zeit zwischen den Jahren und vor allen Dingen ein guter Start ins Jahr 2017 gewünscht. Für alle, die das noch nicht so intensiv mitbekommen haben, ich mache ja momentan ein Let's Timeline mit Europa Universalis 4. Das Ding ist, es könnte vielleicht auch für diejenigen, die das Spiel gar nicht zocken, interessant sein, denn ich mache da meinen eigenen Jahresrückblick in dem Zusammenhang. Also auch wer das Spiel eigentlich an sich uninteressant findet, der kann da trotzdem gerne mal reinhören, wenn er meine Meinung zu ein paar politischen Themen hören möchte, die sich so im Laufe des Jahres ereignet haben. Ich sage das deswegen, weil das vielleicht ein bisschen ungeschickt von mir war, das Ganze mit so einem EU4-Thumbnail und dann noch einem EU4-Titel zu machen. Und eigentlich war das ja auch für euch alle als Zuschauer gedacht, weil ich da auch auf ein paar Fragen eingehe und die auch versuche zu beantworten. Das wäre mein erster Hinweis an der Stelle. Also diese Videos erscheinen jetzt erstmal zwischen den Jahren regelmäßig täglich abends um 9 Uhr. Und da gebe ich meine ganz unqualifizierte Meinung zu ganz, ganz wichtigen Themen ab. Und da könnt ihr euch auch gerne an den Gesprächen beteiligen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und Näheres dazu findet ihr dann in den Videos. Das Ganze läuft unter dem Titel Let's Timeline Europa Universalis 4 oder Let's Timeline EU4 steht im Titel. Und ich freue mich, wenn ihr da reinguckt. Ja, dann möchte ich gerne weitermachen mit einem ähnlichen Projekt oder einer weiteren Projektankündigung. Und zwar habt ihr das vielleicht schon mitbekommen durch das Infovideo, das Marvin hochgeladen hat. Es ist ein bisschen problematisch jetzt unser Let's Play Together von EU4 mit den Indianern in Nordamerika. Also dem Quiché, den Cherokee und den Pueblo, die ich gespielt habe. Das wird leider nicht mehr weitergeführt werden können. Wir haben es wirklich sehr, sehr lange versucht, wieder zum Laufen zu kriegen. Aber offenbar ist aufgrund der doch mittlerweile recht krassen Versionsunterschiede, die Safe Games sind, so wie es den Anschein hat, so corrupted, dass wir noch nicht mal mehr Safe Games wieder reanimieren konnten, die teilweise 70 Jahre oder älter waren. Also 70 Jahre vor dem aktuellen Aufnahmestand. Wir hätten wirklich viel versucht, um das wieder zu reaktivieren, aber es hat sich leider nicht ergeben. Wir konnten es nicht wieder hinbringen und deswegen werden wir mit einem neuen Let's Play Together starten. Das ganze Spiel wird am ersten Dienstag im neuen Jahr starten. Jetzt gucke ich nochmal gerade, wann das ist. Das ist der dritte Januar. Und dann starten wir mit einem neuen EU4 Together. Wir werden dieses Kruzifix-Verbot spielen, das ihr noch aus der Abstimmung kennt. Das war ja auch ein Let's Play-Projekt, was relativ weit oben rangierte bei eurer damaligen Abstimmung. Und da wird es einfach ein bisschen mehr Action geben als bei den anderen. Also jetzt bei dem letzten Projekt, da hat sich einfach ja auch sehr lange nichts getan. Und das ist unglaublich ärgerlich für mich, dass halt gerade dann das Spiel kaputt geht. In dem Moment, wenn die Europäer dann da sind und wenn wir mal endlich unsere Regierung reformieren können und so. Also das hat mich auch sehr, sehr, sehr geärgert. Und wir haben da sehr verbissen dran gesessen, wirklich, und versucht, das hinzubekommen. Und das hat einfach nicht mehr geklappt. Ihr habt ja das Outtake-Video gesehen. Und da hatten wir die Vermutung, dass das an meiner Internetleitung oder am Spiel liegen könnte. Wir haben die Spiele neu installiert. Wir haben sie hoch und runter gepatcht, auch Fehler überbeprüft, Mods angeschaltet, ausgeschaltet. Wir haben wirklich echt mehrere Stunden da gehockt und Zeit da reingesteckt. Und das war dann für uns der Zeitpunkt, wo wir dann leider eben sagen mussten, der Aufwand steht jetzt in keinem Verhältnis mehr zu dem, was wir da in diesem Projekt bisher erreicht haben. Deswegen werden wir kurzerhand ein neues Projekt starten. Und dann haben wir uns auf das Kruzifix-Verbot geeinigt. Ich werde die Goldene Horde spielen. Der Tillis spielt die Osmanen. Und der Marvin hat auch eine sehr, sehr interessante Position mit Marokko gewählt. Auch das sicherlich sehr, sehr cool. Der wird also die Küstenplünder nun überfallen. Also da können wir durchaus gespannt sein. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch bei diesem Projekt wieder dabei sein könnt. Wie gesagt, 3. Januar startet das dann. Ja, dann wurde ich noch gefragt, wie das denn jetzt mit kommenden Projekten aussieht, was ich als nächstes zocken werde und so. Also ich bin noch ein bisschen am Hadern und am Überlegen. Ich denke, das nächste Projekt wird ein Medieval 2 Projekt werden. Da bin ich mir momentan sehr sicher. Und es wird eine Erweiterung von Medieval 2 sein. Das ist das eine. Das andere ist, was ich vorhabe, ich möchte gerne mal einen Rome Total War Speedrun machen. Ähm, das weiß ich noch nicht genau wie, aber das wird sich dann wahrscheinlich so im Laufe der Zeit entwickeln. Das ist jetzt mal noch ganz ins Unreine gesprochen. Das werde ich irgendwann demnächst mal angehen. Ähm, das ist aber noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, also wirklich das nächste Total War Projekt wird definitiv Medieval 2 werden. Es gab viele, die gefragt haben, ob ich die Waldelfen nochmal in der normalen, imperialen, also in der großen Kampagne bei Total War Warhammer spielen werde. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, aber auch nicht so bald. Und, ähm, was ich gerne auch noch zocken würde, wäre natürlich Mountain Blade. Das kommt, ne, das ist aber auch noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ich habe gedacht, ich erwähne das jetzt schon mal, weil das einfach so unglaublich viele angefragt haben. Ich wollte außerdem nochmal Sif 4 machen. Ich wollte außerdem nochmal FTL spielen. Also ihr seht, es mangelt nicht an Projekten, die da noch kommen könnten. Es mangelt einfach nur an der Zeit, diese Projekte umzusetzen. Und ich möchte gerne, und ich hoffe, dass ich das schaffen werde, ich möchte gerne im Januar nochmal live streamen. Und zwar im Idealfall in der ersten Januarwoche. Ich kann es nur jetzt noch nicht genau sagen, wann. Das muss ich jetzt auch noch ein bisschen mit meiner Family abklären, wie ich das mache. Ähm, aber es wird auf jeden Fall noch einen Livestream geben. Und da würde ich mich dann natürlich freuen, wenn ihr zahlreich dort erscheinen würdet. Aber da wird noch ein genaueres Ankündigungsvideo folgen. Gut, an der Stelle denke ich, ich habe jetzt über alles Wichtige gesprochen. Eben nochmal der Hinweis an der Stelle, es gibt diesen Jahresrückblick zusammen mit der Europa Universalis 4 Timeline. Also würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ich will vor allen Dingen auch mal wissen, ob ihr so ein Projekt überhaupt gut findet, das so zu machen. Da könnt ihr mir eben auch eine Rückmeldung zu geben, ob man das vielleicht auch mal häufiger machen sollte. Also sagt mir da einfach auch mal, was ihr so von diesem Konzept haltet. Das würde mich ebenfalls sehr interessieren. Dann schließe ich jetzt an der Stelle damit, dass ich euch tatsächlich noch einfach mal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche. Und dann möchte ich mich natürlich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für das Gelingen dieses Kanals. Ihr tragt viel dazu bei, dass es so gut läuft, wie es läuft. Und ihr meldet mir auch immer wieder zurück, dass ihr meine Arbeit sehr wertschätzt. Darüber freue ich mich auch immer sehr und kann das nur nochmal an die Community auch zurückgeben als Kompliment, dass ich eben auch eure Community-Beiträge eben sehr wertschätze. Ich bedanke mich. Alles andere ausführlicherweise in den Jahresrückblick-Videos. Und dann sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Update, wenn ihr dann hoffentlich wieder dabei seid. In diesem Sinne, Pax Vobiskum, Valete!